So, knüpfen wir mal da an. Jo, Ronaldinho, den hat man schon mal. Oder spontan spielt, keine Ahnung. Da heißen noch so viele von da neben mir. Ja, das stimmt. Ups. Ach, gestört zumindest. Na klar. Da habe ich nichts gedrückt, dass der das macht. Oh, Basti war beim Haarschneider, oder? Ja. Beim Arzt. Ja. Festgeholt, oder? Ja. Wird Klopp sein. Ab und zu muss ich mal irgendwie was Neues machen. Ja. Ja. Jawoll. Ja. Wie heißt der Bott? Hehehe. Bott. 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 Oh. Oh. Ja. Bäm. Oh. Oh. Da kann ich... Ich war jetzt nicht sicher ob ich jubeln kann oder nicht. Hehehe. Habe ich beide nicht gefunden. Der war so hart aufgezogen. Da kann ich nicht mehr. Oh. Der brennt. Oh ja. So richtig gestylt sieht er aus jetzt. Wie ein Hirsch. Wie ein schwarzer Hirsch. Wilk Tier. Habe ich Angst,ollo dass ich nie aufgewellen soll. Oh. Yeah, looking forward. Jaaaahhhhh! Sie mal beide renovationssينgeber cla batchpark. Ohja k felt memorable... Ich habe schon Angst, dass ich geabredet war. Passieren, passieren. Probieren wir es mal. Geil, 14 Minuten erst gespielt. Dann dürfen wir es nicht aus der Hand geben. Oh, Schiri! Mein Hund liegt neben mir und schnarcht. Richtig laut. Ja, so. Ich habe den Hund gehabt, der hat gepuppt. Warte! Warte, Moment! Komm! Was war jetzt ein bisschen? Das war eine Doppelflanke, aber... Oh, schade! Das war aber auch so haarscharf. Ah, hab' abgebremst. Oh, schade! Der ist aber gefordert, oder? Ja, den eigentlich gefordert. Komm, komm! Da hat man noch einer. Oh, schade! Oh, schade! Oh, schade! Oh, schade! Oh, schade! Dock. Das ist doch mit dir, jawohl. Runden. Ah, hast ne Sekunde zu spielen gesagt, hab ich schon gefordert, ja. Geht ja. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Verspricht diese Scheiße. 3-0-1 wieder raus. So, und jetzt, Samba. Hoppala. Der kam komisch. Es war eigentlich auf noch einer weiter hinten gedacht. War eine Flanke. So eine Scheiße. Ich bin da hinten, ey. Da. Nein. Hm. Hm, ist zu. Bleib da. Äh, lauf einmal Elfer. Warte. Komm noch mal her und dann Elfer. Jetzt. Warte. Ja. اذ ist das? Komm schon, ich komme hier zu mit. Äh, so wisse. Warte. 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 War das? Beide. Warte. 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 Schick zu dicht, ey. Sorry, scheiße. Jetzt habe ich wieder nicht gefordert. Hoppala. Passt. So, Gott. Keine rauskommen, Kinky. Aber jetzt. Jetzt hatte ich gefordert, ja. Hei. So, ich ging gerade nach. Obwohl der Ball schon weg war, von hinten total ungemäht. So, ja. Oh, der Schiff hat nichts gesehen. Komm. Zweite Latt, jawohl. 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 Hoffentlich brechen die jetzt nicht ab. Halt. Lange Fünfer? Zwischen Elfer und langen Fünfer so, probiere ich. Ich gehe auf Elfer und Elfer. Jetzt. Bisschen länger muss ich hin. Es ist schwer von der Distanz. Von der Seite. Bitte. Kommt die Tore. Nichts zu machen. Kommt die Tore. Kommt die Tore. Kommt die Tore. Ja? Alter, 11 Meter! Ey! Ey, warte nur, der hat den voll gelegt! Der hat eben Schuss gestört und... Okay! Ah, der ist weg. Ja, wieder so Richtung Langenfünfer. Vom 11er Richtung Langenfünfer irgendwo. Kommt. Jetzt habe ich länger gedrückt noch. Nein, komm. Tor, Tor, Tor. Jawohl. Jawohl. Also immer scheiße. Dann drückt man ein bisschen länger und dann geht er weiter rüber oder was. Drehen tun die das nicht mehr? Nee. Nee. Mach nicht. Ja, schön. Ja. Sauber. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020